Du hast die Lernbox Sauberkeit und Ordnung gewählt. In dieser Lernbox erfährst du, was mit Sauberkeit und Ordnung gemeint ist und warum Sauberkeit und Ordnung besonders bei der Arbeit wichtig ist. Sauberkeit und Ordnung betrifft viele Bereiche. Zum Beispiel die Sauberkeit in den gemeinsam genutzten Räumen, wie Toilette oder Küche, aber auch am Arbeitsplatz und bei der Kleidung. Sauberkeit Kathleen kümmert sich um die Arbeitskleidung ihrer Kolleginnen und Kollegen. Die schmutzigen Kittel werden eingesammelt und gewaschen. Danach kommen sie in den Wäschetrockner oder werden auf die Wäscheleine zum Trocknen gehängt. Danach werden die Sachen gebügelt, gefaltet und ordentlich in das Regal eingeräumt. Alle Kolleginnen und Kollegen wissen genau, in welchen Fächern die gereinigte Kleidung liegt. Kathleen gefällt es gut, dass im Betrieb so viel Wert auf saubere und ordentliche Arbeitskleidung gelegt wird. Sauberkeit bedeutet auch, Toiletten und Bäder regelmäßig zu reinigen. Besonders, wenn mehrere Menschen dieselben Räume benutzen. Kathleen und Toni sind verantwortlich für die Reinigung der Waschbecken in den Sanitärräumen. Die anderen Mitarbeitenden helfen ihnen dabei. Das Waschbecken wird in regelmäßigen Abständen von Pamela gereinigt und auch Wasserhahn und Spiegel werden geputzt. So, jetzt ist hier alles wieder blitzeblank und sauber. An allen Arbeitsstellen gibt es Hygieneregeln, die immer befolgt werden müssen. Dazu gehört zum Beispiel das regelmäßige Händewaschen und Desinfizieren. Das ist wichtig, nicht nur wegen Corona, sondern auch aus allgemeinen, hygienischen Gründen. Zum Beispiel Händewaschen nach der Toilettenbenutzung oder vor den Mahlzeiten. Wenn du mehr über das Thema wissen möchtest, schau dir auch das Übungsangebot Infektionsschutz oder Hygiene am Arbeitsplatz an. Wenn du auf Sauberkeit und Hygiene achtest, wirst du weniger krank. Das gilt natürlich auch für deine persönliche Hygiene. Persönliche Hygiene bedeutet, dass du auf dich achtest, regelmäßig Körperpflege betreibst und saubere Kleidung trägst. Marc hat sich angewöhnt, jeden Morgen vor der Arbeit zu duschen und frisch gewaschene Kleidung anzuziehen und alle sechs Wochen lässt sich Marc die Haare schneiden. Seine Kolleginnen machen ihm oft Komplimente, weil er immer so gepflegt aussieht. Das Gegenteil von Ordnung ist Unordnung. Eine unordentliche Schublade mit Küchenbesteck sieht zum Beispiel so aus. Das ist nicht gut. Du musst unnötig lange suchen, bis du das richtige Küchenmesser findest. Und es ist gefährlich. Du könntest dich schneiden, wenn du etwas in dieser unordentlichen Schublade suchst. Ordnung ist dagegen, wenn alles an seinem Platz ist. Du musst dann nicht lange suchen, um ein bestimmtes Gerät oder Werkzeug zu finden. Wenn du deinen Arbeitsplatz oder Geräte und Werkzeuge mit anderen teilst, dann ist es wichtig, dass jede Sache einen festen Platz hat. Alle kennen die richtigen Plätze für die Sachen und legen die Geräte oder Werkzeuge immer wieder dahin zurück. Pamela holt den Reinigungswagen und fegt regelmäßig mit dem Besen den Gemeinschaftsraum durch. Mit Feger und Kehrschaufel sammelt sie den Schmutz auf. Danach kommen alle Geräte wieder an den Platz am Reinigungswagen. Pamela und ihr Team, Janine, Toni, Jana und Kathleen sind sehr ordentlich und finden es gut, wenn auch andere Ordnung halten. Ordnung bedeutet auch, dass alle sich an die Abläufe halten. Jede Aufgabe wird in einer bestimmten Reihenfolge erledigt. Es ist wichtig, dass du dich daran hältst. Dann kommt nichts durcheinander und die Zusammenarbeit mit anderen klappt gut. Wie bei den Arbeitskitteln. Die schmutzige Kleidung wird erst eingesammelt, dann gewaschen, dann getrocknet und dann gebügelt. Der Ablauf der einzelnen Arbeitsschritte ist aufeinander abgestimmt und sinnvoll. Zum Schluss werden die gefalteten Kittel ordentlich nach Größe in die Regalfächer sortiert. Reinigung der Arbeitskittel Arbeitskittel bügeln Arbeitskittel falten Arbeitskittel waschen Sortiere die Bilder in der richtigen Reihenfolge. Zusammenfassung Sauberkeit ist wichtig und bedeutet, sich selbst und die Umgebung in angemessener Weise gepflegt und sauber zu halten. Ordnung ist wichtig und bedeutet, um sich herum und am Arbeitsplatz immer Ordnung zu halten. Das war die Lernbox Sauberkeit und Ordnung. Das war die Lernbox Sauberkeit. Das war das Dachse und Ordnung. Untertitelung des ZDF, 2020